Okay Leute, ich habe mal versucht nachzuschauen und habe keine Ahnung, muss ich verstehen. Die sind alle irgendwo anders und irgendwie anders lang gelaufen und ich habe keine Ahnung, wo zum Teufel ich hier bin. Ich habe mich hier irgendwo hingebracht, wo ich keine Ahnung habe, ob hier jemand sein sollte. Gut, wir werden jetzt auf jeden Fall versuchen... Das ist das Ding, das macht es einfach mal kaputt. Gut, ich werde jetzt versuchen erstmal für die Taschenlampe, was soll ich aus? Gasmaske weg. Kommt der her oder geht der? Der geht. Wir werden... Mal zurückgehen. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt, Leute. Es ist ja angeblich hier so dunkel, dass mich sowieso kein Schwein sieht. So, es ist irgendwas mit... Oh, keine Ahnung. Rohren, wollte ich sagen. Also irgendwas ist mit Rohren klettern. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin, um ehrlich zu sein. Keine Ahnung, wo hier zum Teufel ich bin. Aber es sieht schon mal richtiger aus, als das, was wir hier hatten. Nur Nachtsichtgerät, das ist eigentlich ganz nett. Wie ich finde. Also hier hoch. Der Pfeil sagt ja. Der Pfeil sagt da lang. Dann machen wir das auch ganz ehrlich. Wir gehen jetzt mit dem Pfeil hinterher. Dann machen wir das auch ganz ehrlich. Alright. Ja, hab schon verstanden. Wohin muss ich? Ich kann hier einfach... Ja, cool. Die Stationen, die von unseren Streitkräften befreit wurden, euren Boxen, die von unseren Streitkräften befreit wurden, den Stimmen betrifft noch keine Gerichtes, Da ist ein Pfeil. Ich habe keine Ahnung. Ohne Nachtsichtgerät würde ich hier anfangs gerade so fast gar nicht sehen, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Prozent 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 Scherze stört er nicht ich glaube diesmal haben wir immerhin mehr ja wir haben noch die Gasmaske auf runter wenn wir das Ding loswerden Prozent 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 Versuchen wir es mal hier mal gucken ob es klappt von von All right. Okay, gehen wir weiter. Okay, gehen wir weiter. Ach Gott, hier nochmal. Das ist doch... Also jetzt nimmt das Spiel gerade Ausmaße an. Also diese Mission hier ist nichts für mich. Eindeutig. Also wir sehen das ja überhaupt nichts für mich. Okay. GASCH! Oh je! Wieso? 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 Fickt euch alle! Ach, Loos! Oh, Batterie auch noch! Cool, das Ding hat Batterie! Hi! Hey, das ist nicht witzig! Ha! Ha! Ihr könnt nicht gern flamen in dieser Mission, aber ich bin zu doof! Ich bin einfach zu doof! So, komm, jetzt gleich drei Leute! Du bleibes Arschloch! Verdeck dich ruhig! Wir finden dich trotzdem! Wieso? Warum, warum, warum wissen sie jetzt, dass ich hier bin? Warum? 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 Ich versteh's nicht! Ich versteh's nicht! Gott, nochmal! Was ist das für ein Scheiß! Ich versteh's! Okay! Okay! einen? Sie sein! Der ado ist ein Musik auf demRadial Stumpf. Es ist kein Herz. hinter Bistieren.. Dave! Ich krieg's kotzen leute Ja Gott, das war die falsche Taste Das war's Das war's von verkackt, nochmal die falsche Taste Scheiße, ich hab die falsche Taste angedrückt Diese Mission will mich doch verarschen Ah, cool, ich darf von hier weitermachen Das ist ja fast schon nett Das wollte ich nur ursprünglich tun Du, Unterbleiben, mag es nicht, mich anzusehen Ich sagte, du sollst Unterbleiben Du, Unterbliben, schnuchze Ich habe keine Hörge Das ist ja, ich bin der Ich bin der Ich bin der Ich bin der Fahr weg! Ich hätte gehofft, dass wir dir unsere Philosophie einprügeln können, aber anscheinend hat die Kommissare dein Gehirn zu stürmen. Du wirst das nicht einmal spüren. Seriously? Die Metro muss... Das wird was werden, wenn es fertig ist. Ya? Was? Was soll das denn ernsthaft? Was soll der Scheiß? Ich hab keinen Bock mehr! Wir haben hier einen verdammten Toten! Was soll der Scheiß? Ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß! So, war's das? War's das nicht? Keine Ahnung! Wir haben jetzt nicht in den Sinn gekommen, dass ihr verletzt habt! Ich hab keine Ahnung wo ich bin! Hier bin ich eindeutig falsch! Ah, super! Toll! 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 Toll!